So, willkommen zurück zur Dad's Party! Wir sind hier voll am Abrotten. Ne, wie sagt man früher gesagt? Abrotten? Abrotten? Was ist denn Abrotten? Keine Ahnung, das habe ich mal in so einem, so einem etwas älteren Film gesehen. Dann hauen wir uns jetzt mal wieder irgendwas auf die Mopse. Erstmal müssen wir aus dem geheimlichen Versteck wieder raus. Geht ja schnell. Mopse! Oh, schön, ich mache Schaden. Oh, Level 10. Jetzt haben wir das richtige Level für den Dungeon. Jetzt machen wir auch Schaden. Vielleicht macht das auch mal ein bisschen mehr Schaden, weil ich habe ja endlich mal meinen dicken Hammer angezogen. Ah, ich muss mal grad skillen. Uh, ich habe schwerer, dann habe ich Achievement bekommen. Ah, Schiffe. Wir machen die Damage. Ah, ich habe das. 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 BAM! BAM! Hammer in die Brille! Ist ja hammerhart ey! Komm, mach dein Schild weg! Ich will mal meine Skeletter holen! Ja, die sind ein bisschen irritierend. Ah, da stand ja gerade irgendwas. Purple numbers means you have fumbled, und dann war der Ladebild schon schon vorbei. Fumbled? Ja. Ah, Gott, jetzt wieder so komischer Boss. Woah! Hi Kleiner! Woah, woah, woah! Woah! Ah, falsches auch so! Woah! Holy moly! Ich sollte mich von dem echt nur treffen lassen. Ich will dich aber treffen. Ich merke das schon. Gehe вот, Ackel zu holen. Wahre! Genau so! Das ist die erste Runde. Das ist die erste Runde. 50 Stecks Hier hat ich hier Ruhe Mit der Fallen Geräusch Back to down Back to reality Back to reality Skillpunkte vergeben Wollen wir mal hier arbeiten So, was hätte ich schon gerne 158 Wollen wir mal hier Wollen wir mal hier Oh, ich weiß nicht Wollen wir mal hier Auf die Seite Jungen So. 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 Destroy Gems. Socket Item. Nein. Destroy Item. Ich will ein Gem haben. So. Das Ding hat ein Sockel gehabt. So. 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 Das ist so schönes Zeug, aber alles zu teuer. Normal, oder? Bei dem Resetter kannst du die einzelnen Skills raus resetten. Das ist eigentlich ganz lustig. Du musst nicht alles neu skillen, nur kannst du irgendwas, was du gerade nicht willst, kannst du neu skillen. Cool. So, wenn ich hier gerade auf die Uhr gucke, sehe ich, haben wir wieder zu lange aufgenommen. Dann machen wir hier mal einen Cut und wir sehen uns dann, wenn es hier weiter geht. Tschu tschu.